So, ihr Lieben, müsst ihr mal noch den Code geben, Valentinstag 20, mit 20% auf meine Kurse. Christian Emschemeier hier von liebeschip.de, Paterabau-Beziehungscoach, Stikumsphilologe. Und wir haben heute das Thema Vorsicht bei Freundschaften, wenn du Single bist. Es sind mal wieder so Mails untergekommen, ich lese die jetzt aber mal nicht vor, weil die eignen sich nicht so zum Vorlesen. Aber ich dachte, ich nehme das Thema nochmal wieder auf. Und zwar so, wie soll ich mal sagen, unklare Beziehungen zwischen, sage ich jetzt mal Mann und Frau, konntet ihr aber auch, wenn ihr jetzt homosexuell seid oder divers oder sonstiges auch für euch übersetzen. Ich bleibe jetzt aber mal dabei. Und dass man also Single ist und jemanden kennenlernt, fortzumsweise online und es zündet vielleicht nicht so richtig oder es gibt irgendwelche Widerstände und Probleme, warum es keine normale Dating-Progression gibt, sage ich mal. Und man freut sich dann an. Also ich kann davor nur warnen, weil ich habe heute auch wieder so eine Mail gelesen, wo das so dann total kreuz und quer läuft und dann fängt man doch an zu kuscheln, ist aber nicht zusammen. Dann kommt ein neuer Mann auf den Plan und der macht die Frau dann vielleicht klar. Und dann guckt man in die Röhre und denkt, ja, wie ich dachte, aber wir kuscheln jetzt hier. Aber dann sagt vielleicht die Frau, ja, wir haben noch gar keine Beziehung und du wolltest doch Freundschaft. Und andersrum natürlich auch, kann jetzt auch die Frau sein, die Freundschaft will. Und der Mann sagt dann, ja gut, ich bin jetzt ja gerade langweilig, dann haben wir eben eine Freundschaft. Und dann muss man sich aber die Sexgeschichte mit dem nächsten Mann anhören. Und wenn man das dann nicht hören will, dann wieso? Wir sind doch Freunde und das erzählen sich doch Freunde. Und lange Rede, kurzer Sinn, lasst da einfach die Finger von, also gerade wenn ihr euren Liebeschip umprogrammiert, wirklich macht nur keine Experimente, einfach ganz normale Dating-Progressionen, also Sachen, die vorangehen, die dann auch, ja, zu mehr führen. Wo beide interessiert sind und lasst die Finger von solchen Freundschaften. Das könnt ihr wieder machen, wenn ihr glücklich in einer Beziehung seid. Dann könnt ihr euch manchmal anfreunden mit Leuten, die vielleicht auch nicht Single sein sollten, sag ich mal. Könnt ihr euch gerne mit Leuten anfreunden, die auch in einer Beziehung sind und klare Sachen machen. Aber haltet euch fern von diesen, ja, von diesen Beziehungen, wo keiner weiß, was ist es eigentlich jetzt, was haben wir jetzt hier eigentlich, was ist es hier eigentlich, das bringt es nicht. Und auch, das hatte ich auch in E-Mails gelesen, wenn Sachen einfach nicht vorangehen, so aus welchen Gründen auch immer, wenn Sachen, keine Ahnung, wenn dann jemand sagt, ja, ich, was weiß ich, keine Ahnung, wir können jetzt hier kuscheln, aber aus irgendwelchen Gründen, wenn wir auf jeden Fall keinen Sex haben, also die können ja, kann ja jeder seine, über sich selbst bestimmen, ist total in Ordnung, aber wenn, also es absehbar ist, dass es keine normale Dating-Progressionen gibt, also, dass es nicht vorangeht, dass es nicht weitergehen wird, lasst die Finger davon. Es führt nur zu Nervkram und Frust und wenn ihr das macht, dann fragt ihr euch, ob ihr nicht vielleicht ein Thema habt mit passive Bindungsangst, dem neuen Kurs, der gerade rauskommt. In diesem Sinne, kurzes Video, wir sehen uns bald wieder, ciao.